ja sehr schön was können wir jetzt bauen tempel of taurus tipp laufer grella oder tempel of helia c da sind gar nicht zu den tempel was sehr schön also wäre ich wahrscheinlich das ist ein tempel of taurus bauen und ohne warrior gilde sicher ist sicher noch mal bessere waffen und alles erforschen trading post hierhin ja gut the wind keep ist auch immer gut ein ranger der zombie jagt ist auch noch okay deportations amulette nein ich will nicht das ding abreißen ich will nur den market day ausführen also ja wir müssen uns auf jeden fall zeit vorbereitungszeit lassen am besten bauen wir hier auch ein in hin und ein guard haus so da haben wir hier ein außenlager auf jeden fall mal und wir sehen langsam auch ein bisschen mehr von der vom anderen königreich also es war ja auch irgendwo klar dass wir mal einem anderen königreich begegnen werden so ich habe gesagt ich werde ein tempel of taurus bauen hierhin und wieder ein market day ausrufen da kennt einer meiner passanten schon mal um weil ich da ein neues gebäude platziert habe aber die gnome sind schneller ich werde vielleicht nachdem die rohlin keep hier unten dann weg ist da noch einen trading post hinstellen gut das heißt wir können jetzt auch mönche ausbilden ich will aber erst mal den tempel hier vollkriegen so hier sollten auf jeden fall tränke angeboten werden und merkt geld für mich für uns modesty your trading post now of us feeling motion okay das könnte blöd werden und deswegen gebe ich gleich mal ziemlich hohes reward hier drauf in der hoffnung dass es nicht schief geht so dass ein paar mehr von meinen leuten anlockt damit wir den ring kriegen bis jetzt scheint die nämlich mit dem keep beschäftigt zu sein da kommen doch zwei von beiden krieger das ist gut der dieb beklaut hier schön okay jetzt wird es ein bisschen ungemütlich hier was mit dem helden angeht ja ja haben wir irgendwo helden verloren ja hier Okay, wir sind jetzt im Krieg mit dem anderen Königreich. Aha. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir die Fatome loswerden, auf der anderen Seite müssen wir uns verteidigen. Ja, das ist etwas ungut gelaufen. Vor allem, weil die gegnerischen Helden teilweise viel stärker sind als meine. Sieht man ja daran. Okay, wer hat den Ring? Ach, er ist immer noch dort, okay. Gut, wir haben den Ring. Jetzt muss er nur noch so schnell wie möglich dahin gebracht werden, wo er hingehört. Ich gehe mit den wilden Spiriten. Ähm. Ja. Das... Das Ding bitte mal da unten hin, dass ich sehe, wo es ist. Ah, es liegt noch da, wo es ist, okay. Palladimer rufen, das ist immer gut. Market Day. Gut, diese Black Phantoms sind zum Glück noch so stark, dass sie den roten Gegner wahrscheinlich abhalten werden. Für eine Weile. Problem sind, wie gesagt, eher die Ranger da. Ja. Gart der starke Held da unten. Ähm. Gott zur Hölle, kämpft ihr? Ach, da unten. Warum kämpft ihr da unten? Hm. Gut. Die zwei Phantome, die entfernen sich ein bisschen. Vielleicht streuen sie in Richtung gegnerisches Königreich und machen da ein bisschen Stunk. Ich gehe mit den wilden Spiriten. Im Namen der Soverein. Ich fühle mich, dass wir revitalisiert werden. Ja, den da loswerden wir schön. Fühlt sich einer angesprochen? Ja. Bevor sie da stirbt, stirbt sie nebenbei im Kampf gegen die da. Okay. Ja. Die Mission ist, wie gesagt, dumm gelaufen. Oh, taff, fein. Ich mach mir grad wirken. Wir müssen wirklich sorgen, dass der rote Gegner uns überrennen wird. Also der rote, das rote Königreich, weil wir einfach zu schwache Helden haben. Oh! Oh! Oh, taff, fein. Wie sieht's da mit Helden aus? Die versteckt sie einfach. Ähm, da drin. Wo ist jetzt der Gegenstand? Den hat sie hoffentlich, oder? Ja, sie hat ihn. Jetzt bleibt bitte nicht mehr zu oft an Bäumen hängen. Dann können die dir nicht so nah hinterher. Oh, das wird knapp. Wir könnten es aber fast schaffen. Oder wenigstens soweit, dass das Ding fast drin ist. Ja, 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 ja. Der Ring hat uns alle geholfen, Majestät. Als deine Heroin die Relic zurückgebracht haben, war es, als ob ein tiefes Winter Schnee hat sofort aufgerufen. Die Stadt hat literally zu Leben gerufen. Wieder wieder deine erledigte Liederschaft hat uns zur Sicherheit gebracht. Es war eher Glück, muss ich zugeben. Puh. Aber ja, wir haben auch die Mission geschafft. Äh, nein. Auf jeden Fall nicht das Turbo of the Dragon King. Hm. Quest for the Crown oder Quest for the Holy Shalees? Heiliger Grad oder Heilige Krone? Ich würde sagen, erst mal Heilige Krone. An enlighteningen Discovery, Your Highness. The Crown of Sidrian, the long lost symbol of your family's power, has been located. It's being held in an evil fortress on the frontier. The recent waves of monster attacks have left your people dispirited. Reclaiming this item would doubtlessly boost your subject's faith and renew the support of your family's house. I greatly urge you to take advantage of this unexpected opportunity. Mhm. Ja, fight and destroy the land, the crown resist sin. Das sollten wir noch hinkriegen. Wow. Wir haben gleich Gilden, also sollten wir gleich auch ausbilden. Ja, weil... Der soll's böse werden könnte. Ich bin raus. Äh. Majestät, der lokale Blacksmith offens neue Services. Ja, Marketplace bauen. Guardhäuser. Flankieren. Äh. The Library. In der Nähe von der Wizard-Gilde wäre nicht schlecht. Weil jetzt kriegen wir erst einmal einen Relentless Assault ab, also verdammt viele Minotaurinnen, die uns angreifen und uns böse auf den Keks gehen wollen. Majestät, der lokale Blacksmith offens neue Services. Was wir erst einmal überleben müssen. Deswegen kriegen wir auch so viel Gold. Majestät, ein neues Building ist komplett. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Majestät, ein neues Building ist komplett. Okay, das wird eng werden. Das war die Wizard-Gilde. Gut. Wir haben es, glaube ich, fast geschafft. Die Suche in der Library ist complete. Foul Beast approaches. In der Name der Sovereign. Our Drew.